So, ich hab mich jetzt hier versteckt und ich schäme mich. Mann, ist das hier dunkel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Half-Life 2 Episode 1 mit dem Cinematic Mod 2013. Die Tür geht nicht auf, wir müssen hier hoch. Und dem alten Mann, der sich durch die letzte Folge gequält hat. Die war wirklich nicht schön. Aha. Das lasse ich doch jetzt hier nicht alles oben liegen. Das kann ich doch bestimmt da unten aufgebrauchen. Ich bin nämlich jetzt voll. Es schadet bestimmt nicht, wenn man das da hat. Oh, ich ahne, Schlimmes. Ich werde nochmal speichern. Der Stress geht weiter. Ich werde mich hier erstmal dezent zurückhalten. Ich seh schon, was da ist. Oh! Kacke, das war jetzt aus dem Affekt. Mist! Jetzt kommt der auch noch hierher. Und Gordon, du sollst laufen! Ich kapiere es nicht. Wieso springt die diese Figur hier nicht? Die sind ja gar keine Explosionsfässer. Hier ist ja gar nichts. Wie soll ich mich denn gegen den wehren? Da sind welche. Wie geht es mir? Mir geht es noch gut. Ah, sie schießt auf ihn. Das ist gut. Wenigstens was. Ach, die Hilfsenergie ist alle. So, aufgeladen. Hör weg. Da war noch ein Fass. Komm, lauf, 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 lauf. Gordon, lauf! Oh, jetzt ist er bei mir. Jetzt ist er bei mir. Oh, das Fass ist hochgegangen. Ich habe noch 69. Geil. Ich schmeiße den Karton an den Latz, wollte ich sagen. Habe ich Energie gekriegt? Oh, ein bisschen Schutsche. Nun nimm das Fass! Ah, hier lag Energie. Wie viel haben wir denn? 63. Weg, 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 weg. Habe ich hier noch irgendwo was? Nein, 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 nein. Was? Hau ab! Oh, wir haben ihn erledigt. Und jetzt seid ihr dran. Graviton, Graviton! Ich hätte schnell, ich mache schon das Speichern. Ey, ich kann nicht laufen! Das ist ja noch ein Ding. Oh, Mädchen! Kümmere dich doch mal um die Viecher! Ich habe nicht mehr viel Strom. Oh, hier liegt was. Speichern. Was ist denn das hier? Wo ist sie denn? Da hinten! In Stresssituationen absolut unbrauchbar, die Frau. Ich suche mir eine andere Freundin. Oh, ist das nervig hier. Ich komme ja auch nicht weg hier. So, jetzt aber. Jetzt mal Ruhe hier. Ja, es wäre wirklich schön, wenn ich mal ein bisschen Hilfe von dem, von dem Kind hätte hier, du. Meine Güte. Die ist ja absolut zu nichts zu gebrauchen. Ja, klar auf! Ich drücke auf die Sprint-Taste. Bück dich! Warum rennst du denn hier hin? Ich treff' ihn gar nicht! Habe ich das Gefühl. Die hast du doch so'n Dingin! Warum sehe ich das jetzt erst? Mann, 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 Alex! Also du bist wirklich zu... Gar nichts zu gebrauchen. Nicht zum Tuten und nicht zum Blasen. Hier ist ein kleiner Insider. So, ich sammle jetzt hier noch alles ein. Was ist hier noch? Kaputte Reste. Munition. Ah! Gut, dass ich mir das runtergeworfen hab. Einer ist noch. Schnell speichern. Jetzt blockiert sie mich wieder. Ja, das kannst du gut, ne? Licht brauch ich aber nicht. Hier liegt auch noch Energie. Aber ich hab' ja jetzt 100. Durch den kann man durchlaufen. Super. Aber an so'n kleinen Stein bleibt man hängen. So. Ja, Ruhe. Scheiße, ich geh. Speichern. Stoppuhr. Mist. Oh! Ich scheiße euch jetzt mit Granaten zu. Hat er eine zurückgefeuert? Hier kann man runter. Da kann man rein. Hier kann man sammeln. Gut. Gehen wir erstmal hier rein. Komm, Mädchen. Oh, oh. Rote Fässer nicht gut. Ganz viele rote Fässer. Oh, das gefällt mir nicht. Kannst du mal Platz machen hier? Ja, was ist... Also... Also irgendwie ist dieser Teil des Levels hier auf jeden Fall ein wenig verbuggt. Ah, guck mal. Da ist so ein Ding. Ach, wart. Ist doch kein Problem für dich. Das ist das Einzige, was du wirklich kannst. Upp. Ich komm hier nicht durch. Kann ich das Gitter hier wegmachen? Ja, kannst mal sehen. Hier kann ich klettern. Ich geh erstmal hier schauen. Ich geh erstmal hier schauen. Oh, das gefällt mir nicht. Ich geh erstmal klettern. Ich geh klettern, hab ich gesagt. Also häng dich hier nicht immer fest. Mal schauen, wo ich hier lande. Hier lande ich. Oh, schon zurück? Äh. Ja. Ich hab nur was ausprobiert. Ich mach hier wieder Strom. So, die Sachen da will ich aber haben. Die waren gut für den Anzug. Auch wenn's da jetzt nicht weiter geht. So, das haben wir schon mal. Komm. Ja, nun kommt die nächste Falle, vermute ich mal. Ach, da nimmst du die Leiter. Hm, hm. Hier kann ich aber auch lang gehen. Nee, von da komm ich. Bevor ich da reingehe, werde ich aber speichern. Und die nehmen. Und nochmal die Lampe ausmachen. Und das Dunkel und die Ruhe genießen. Und versuchen runterzukommen. Ah. Mir ist nicht gut. Mir ist nicht gut. Mir ist nicht gut. Mir ist nicht gut dabei. Hab ich doch gesagt. Huch. Oh. Uh. Huch. Oh, das kann jetzt ins Auge gehen können. Sag mal. Seid ihr noch ganz knusper? Ach, du Kacke. Speicher. Und das mit diesem Nachlaufding da. Wie mach ich das denn am besten? Die geht nicht auf. Hm. Ich hab aber Glück gehabt. Der ist genau dazwischen gefallen. Ich mach da jetzt nicht rauf gehen. Hey, du blödes Fass. Nee, das geht nicht. Das sehe ich so schon. Ich muss da. Kann ich hier so rüber gehen langsam? Ja. Auf dem Tisch und dann über den Tisch rüber? Mama. Oh. Oh. Was hab ich jetzt getan? Und jetzt? Der Fahrstuhl geht... Äh, 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 äh. Ich ertrinke. Nein, da ist ein Loch. Ich will durch das Loch. Ich will ins Licht. Oh. Oh, da war Strom. Ah, ich hab ne Idee. Oh, nicht noch Viecher hier. Äh. Lass mich ab. Die haben hier ihre Tentakeln drin erhängen. Habt ihr das gesehen? Ich hab's überlebt. So ein bisschen jedenfalls. Ich glaub, ich speichere mal. Hier ist aber nix. Ein Gassähler. Oh. Oh. Warst du die Einzige? Ja. Äh. Ich muss ja den nehmen. Ich wär jetzt wieder verstorben. Todesmutig. Todesmutig. Oh. So. So. Sag mal, rauf aufs Fass und rein in den Gang. So. Äh. F6. So. So. Und nun. Jetzt bin ich wieder hier. Wo muss ich denn jetzt hin? Da drüber. Ich hab erstmal... Das müsste ja eigentlich gehen. Rüber. Ach. Jetzt bin da... Muss ich... Kann ich wieder... Ach. Leit... Oh. Leiter. Leiter. Licht. Schnell rein hier. Komm. Und... Oh. Das sieht hübsch aus. Äh. F6. So. Licht. Nachladen. Oh. Hier ist schon wieder so eine gefährliche Stelle. Nein. Der Schacht hält. Hm. Nehmen wir das Graviton. Das war klar. Ich hab überlebt. Ich leb ja immer noch. Aber das können wir besser. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt nicht abstürzt. Nein. So. Hm. Graviton. Da. Jetzt sind wir an der Stelle. Speichern. Runter. Hey. Äh. Ja. Seltsam eben. Ich hab doch die Dingens gegriffen. Dachte ich. Ah. Ich komm noch nicht ran. Komm nicht an das Fass. Da komm ich noch nicht weiter. Ach hier. Schaltkasten. Ja. Der Gordon hat das drauf. Du hattest dich verdrückt? Ja. Ja. Ich hab mir einen verdrückt. Ja. Ja. Du mich auch. Ich hab hier gelitten. Und jetzt lade ich Daten. Ja. Mal schauen. Wie es weiter geht. Hoffe ich. Geht's weiter? Was meinst du Computer? Ja. Ich muss mal kurz husten. Sorry. So. Jetzt ist hoffentlich besser. Ja. Schon wieder. Alles ruhig. So. Hier sind schöne, nette Sachen. So. Da liegt noch Munition. Kriege ich die hier auf? Hier ist nix drin. Na, was sagst du, Alex? Sieht doch gut aus, ne? Jetzt werde ich erst mal speichern. Dann werde ich mich mal da drum zu machen. Oh, das hat sogar funktioniert. Äh, die wollen wir. Und Licht. Nachladen. Da ist ja noch mehr zum. Was denn? Weg da! Ja, laufen wir nicht ins Schussfeld, blöde. Na, ich hab sie schon heute genug beleidigt, glaub ich. Oh, was ist hier? Eine Schrotflinte. Eine Tür. Die ist zu. Was haben wir hier? Was war das? Munition? Ach, das waren diese... Oh, jetzt muss ich da aufpassen. Die Harpune, die mir nix nutzt. Weil man hat ja hier kein Fadenkreuz. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ganz ehrlich. Das würde mich mal interessieren, was es da für ein Grund für gibt. Das ist sonst eigentlich eine coole Waffe, aber... Ja. Wie schießt man damit? Hm, na gut. Ja, Kind. Ich glaub, ich muss den Stecker hier rausziehen, ne? Da brauch ich das Graviton. Und jetzt? Geht die Tür nicht auf, aber das Kraftfeld unten wird weg sein. Ja. Wieder ein Grund zum Speichern. Ja, toll. Anstatt zu speichern, hab ich auf F9 gedrückt. Typisch. So wollen wir doch nicht aufhören. Ich guck nochmal um die Ecke. Oh, da will ich nicht hin. Oh, ich glaub, ich hab wieder was getriggert. Komm, Kind. Um die kümmern wir uns in der nächsten Folge, wenn du mir hier mal Platz machst. Was war das jetzt? Hä? Was hat denn der da mit der Waffe gemacht? Also, heute gibt's wirklich komische... Äh, äh. Ja, ich mach ja schon weg. Erscheinungen hier. Wir sehen, machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann, Freunde. Tschüss. 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 Tschüss.